peace leute um was geht ab und willkommen zu dem bros genau leute ja leute ich wollte nur sagen das video es kommt endlich wieder ein video von mir also das ist das ist das video am neuesten stand das wird am neuesten raub das ist mein neuestem video was ich jetzt dann raufstelle morgen so um ich sagen gleich welche challenge es geht das wird alles das wird so krank die challenge und morgen heute am abend oder morgen so bis mittags bis 12 am morgen höchstens um zu mittag und selber ist es wieder um und ja leute und diese chance geht es um die pause challenge ich erkläre es mal kurz so wie es geht die machen wir bis teil 4 höchstens bis teil 4 außer wir wollen weitermachen bis teil 3 machen wir fix ich habe man es bis teil 4 jahren ja leute und ich würde sagen leute war bis der vier ja und ich kann sie nicht alleine machen ich hoffe dass dann ja kommt dort oder weiß nicht ich habe ich habe mit meinem freund verabredet da ist er doch so da ist er auch so hallo marco ja leute ich habe ich habe gesagt hat und heute bin mir freund verarbeitete wird dann gleich auch komisch zu den leuten gesagt wir wollen mir das sagen leute ding ding bis zum nächsten ich habe ja alles auf video ja leute und heute war gut du weißt schon welche challenge es wird du weißt schon gar und die pause challenge die sicher ein geilsten und teil 2 leute ja leute bitte schafft es und knackt die 20 likes also nicht dislike nicht nach unten also 20 daumen hoch daumen hoch also 20 likes ja leute und ja leute und jetzt beginn wir gleich und da sind wir uns gleich wieder und dann binden und dann wer von zweit die erste fernbedienung hat ich erkläre es euch kurz noch das ist die fernbedienung und muss ich dann was soll das jetzt ja leute mit der fernbedienung mit der fernbedienung da drückt man sagen wir nur pause wenn was arges macht und dann und dann muss man die eisbüffeln drübschütten zum beispiel wenn ich duschen du das mache ich mein zeit sein muss ich eh duschen gehen also da konnte von welcher tag das ist wenn ich duschen dann ja nicht dass er post und dann passiert was schlimmes das wird sicher heftig oder bis der bau ja leute sagen wir sind es gleich wieder und dann sind wir schon dann dann schauen wir an genau bis gleich ja leute und jetzt schaut's mal pause oh was hast du so schönes in die taschen schauen wir mal rein oh leute hoho danke für die zehn euro du darfst du mit dem kopf bewegen und so was ich hab's ja ich will's zurückkriegen ich will's zurückkriegen ja das schauen wir mal wer danke marco du eierkopf du danke schatz leute zehn euro habe ich mich habe ich ihn genommen danke die kann man mir das schicke ich mal schön mal da ein ja da sind weil danke was mehr Hör weiter! Scheiße, er kommt! Bist du dumm? So, wie gesagt, er bekommt jetzt die Rache. So, jetzt spiele ich erst mal GTA. Er ist ein Polizeikonto, ja. Nein, fuck! Au, du Trottel! Du musst mich auch machen. Ah, der schießt auf mich! Jens Autos mache ich! Meine Fresse! So. Ich würde sagen, Pause! Nein! Nein! Darf ich nicht umrennen? Nein! Pause! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du, Alter, das kriegst du wieder zurück. Ich schwör's dir. Au, die schießt mich ab! Ah, Scheiße wollte ich nicht! Pause! Nein! Weiter! Alter! Nein, Scheiße! Alter! Du bist so ein Arschlauch! Ah! Ja, gut! So singst du doch! Ja! Ja! Leute! Leute! Schaut mal! Leute! Er macht sich jetzt ein Shake! So ein Brot... So ein Aufbruchmittelpulver! Und ich sage Stopp! Oh, das geht! Oh, das geht! Das wäre ja so zu viel, oder? Posse! Aha! Posse! Und das gibst du mir mal schön! Die Webinarien da hinlegen! Das gibst du mir mal schön! Oh, das ist sogar ein Notfall! Oh, das ist sogar ein Notfall! Oh, das ist sogar ein Notfall! Leute! Das gönne ich mir jetzt mal schön! Oh, das ist sogar ein Notfall! Ah! Sollen wir weiter machen? Sollen wir weiter machen mit der Fähne? Sollen wir ihn jetzt noch so eine Minute lassen, oder? Sollen wir weiter machen? Schimpft sich ab! Nein! Sind wir nicht so fies? Tue mir einfach... Drei, zwei, eins, weiter! Alter! Du musst mir nicht immer hinterher rein, hey! Alter! Ciao! Jetzt kriegst du zurück! Hör auf! Jetzt kriegst du zurück! Ja! Genieße! Pause! Ey! Was ist das? Er hat die Rache bekommen! Nein! Die Wiese ist komplett nass! Meine Socken sind davon nass! So, jetzt lassen wir ihn da ein bisschen stehen und wir setzen uns erstmal dahin! Hey! Und nicht reingehen, ich schwör's dir! Gute See! Dankeschön! Nein! Pass sie weg! Nein! Nein! Jetzt ist er ausgespürt! Weiter! Weiter! Jetzt kommt er nicht rein! Nein! Nein! Er ist ausgespürt! Ah! Alter, ich schwör's dir! Ah! 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 Du musst dich fühlen mir noch! Jetzt ist er weg! Ah! 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 Du musst dich fühlen mir noch! So! Was sagst du noch dazu? Das zahl ich dir heim! Ja, du musst schon nimm! Ja, hallo! Ja, hallo Leute! Und jetzt! Schau, schau! Ich hab ihm gesagt, ihr sollt den Stamm vorbringen! Und jetzt so! Jetzt rein mal schnell hin! Komm, komm, komm! Pause! Du musst schon zurück! Weiter! Pause! Bitte schön! Pause! Nochmal! So bleibst du schon schön stehen! Leute! Meine Katze! Weißt du? Weißt du, darfst du raus? Ja, Basti! Du bleibst schon schön da stehen! Hahaha! Ja, Leute! Die Chance ist... Ist... Ist schlimmer, als ich gedacht habe! Ja, du bleibst da schön da stehen, Kollege! Gah? Marco! Mein Bro! Mein Brie! Bleibst da schön stehen! Weil, Leute! Er hat ja vorher... Mich... In die Wiese geschubst! Da! Wo es nass war! In die Wiese hat er mich geschubst! Und da... Hat er dann... Das... Hat er mich hingeschoben und hat Pause gedrückt! Na, sei mal nicht so fies! Geht's noch? Geht's ihr noch? Oder wird's schon schwer? Schwer! Das bekommst du sowas von zurück! Was? Das bekommst du so zurück! Das bekomm ich zurück? Nein! Schau mal! Genau! Haha! Und? Geht's ihr noch? Oder? Nicht mehr? Nein! Aber musst ihn umhalten! Ja! Lass mich noch ein bisschen... Gehen wir mal kurz rein! Kommt's, Leute! Tschüss! Viel Spaß da draußen! Haha! Schatz! Da ist er, Leute! Na, sind wir nicht so fies? Jetzt tun wir weiter! Sagen wir weiter zu ihm! Ab jetzt! Let's go! Wetter! Wetter! Jetzt reicht's! Nein, nein! Scheiße! Ich mach zu! Ich mach zu! Schau, so ein Fischkopf! Leute! Das ist so geil, Leute! Jetzt haben wir nichts zu! Ich mach auf und rein drauf! Jetzt! Ja, Leute! Ich hab mich versteckt! Bei einem Schlafzimmer hinter dem Vorhang! Bei meiner Mutter vor dem Schlafzimmer! Und... Ja, aber ich hätte mich... Ja, aber ich hätte mich... Ich hätte mich sowieso gefunden! Ich hätte mich sowieso gefunden! Ja, aber ich hätte mich... Ja! 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 Es klingt! Ja! 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 Warum? Kann ich bitte ein bisschen mit dir telefonieren, reden oder was? Genau. Einfach so, bis er geht und so. Oder? Ja, oder? Du hast schon ein Glück noch nie. Besser als Glück noch nie. Hä? Ich bin dumm, Gott. Ja. Na gut. Soll ich dir was sagen? Ja. Pause. Pause. Was ist noch nicht? Ja? Pause. Nein! Nicht Pause. Du darfst nicht reden, auch jetzt nicht. Du weißt es ja. 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 ... ... ... ... ... Äh... Ich hab das bestimmt angegessen, dass ich keine Ahnung was gibst. Jetzt noch mal träge ich halt raus. Daniel! Ja, es ist ein bisschen später, da man sich noch untergeguckt. Tschüss! ... Ich merke mich, wie geht's da? Wie geht's das aus? Ach, und so gehen wir alle mit Händen aus. Ich hoffe, dass es nicht läuft, ist mir egal. ... 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